Die schnellsten Damen, die drittplatzierte, kommt vom DSV Bad Indorf, Renate Hager. Hier ist ein Hof, nicht Eisenhof, sondern hier ist ein Hof, hier ist noch Kamping. Nathalie Manuel. Plankhandi, Maja Hubert und Hubert Clemens, herzliche Gratulation. Stefan Kugelmoos. Herr Nacher 3 von 1836 vom Aldro Bike Team mit Moser Max, der drittplatzierte. Platz Nummer 2, das ist jetzt Platz Nummer 3, Max Moser vom Aldro Bike Team, über die CRC Tirol mit 17, 20, Tod Werner. Und von den KD-Montenbikers her lässt sich die Butter nicht zum Brot nehmen, es geht einfach nicht. Also unschlagbar, wie es ausschaut, vor kurzem am Wartenberggesieg, den steiligen Rampe hinauf zum Wartenberg. Heute hier auf Siegerin der AK3, Bernhard Impel. Siegerzeit 15, 43, herzliche Gratulation. Sieger Impel, Bernhard, Tod Werner auf Platz 2 und Moser Max auf Platz Nummer 3. Und die Siegerin kommt aus Rosenheim vom Stadtwerke Rosenheim Bike Team mit 19, 15, zugleich auch die schnellste Dame beim dritten Carla Alnaitres, Tennis Mödal. Mit einer Zeit von 1945, Claudia Moser. Inzwischen nochmal ist der Hinweis, der 24. Oktober natürlich ein roter Anstreich neben Carla Alnaitres, eine Fabelzeit von 1457, ein Stadtwerke Rosenheim Biker, Stadtwerke Rosenheim Bike Team, Hartmann Jakob. Hartmann Jakob aus Osttirol, weiter angereicht, Chet Andreas von Frosch Matthias vom Team Vitalis, die ersten drei, herzliche Gratulation. Er kommt von Rattev, Region 31, Tirol. Das ist die Region da oben um Kramsach, Reit im Alpachtal, das Seenland. Matthias Hegenbleichner. Ja, merkst du, wie der Frau Kuppel, Roman? Das ist da ja im Winter, weil ich weiß, ganz klar mit den Jungen schon. Mit 24.14, Maria Plank. So, ein Applaus für die Sieger und platzierten Herrn Hegenbleich, Matthias, Kradlhans und Plank Martin, sowie Plank Manier und Reinwalder Nitter. Das sind Tarbo-Fruchtsnack oder die Sportunion, sowie Nature Power oder Rockstar Energy Drink, die Röder-Tageszeitung mit dem Boot Alpcöl. Danke dem Kalle Wirtier, danke den Wegeigentümern, allen, die gesponsert haben, auch Metzgerei, Flughafen und so weiter. Da darf die nächsten Renntermine gerne noch einmal erwähnen, 24. Oktober natürlich. Ein ganz wichtiges Schatz, der kommende Sonntag sind wir ja bei der Bike Challenge in Bietztal zu Gast, dann 24. Juli Hexenwasser-Resinzöl, 31. Juli Haarspiegel-Klassik und 7. August die Wegscheit-Klassik, offen für Mountainbikes und Rennräder. 14. August, Rennen vom Stöger-Verein hinauf zur Asching-Alm, das 15-43er-Rennen und das 16. September, ein Pflichttermin für alle die Kufsteiner Stadtmeisterschaft. Darf euch noch eine schöne, lange Saison, erfolgreiche Saison wünschen. Danke für die zahlreiche Teilnahme, danke für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie gerade heim, vielen Dank, Servus, auf Wiederschauen!